225 Jahre Donner und Reuschel. Lassen Sie uns gemeinsam einmal zurück und nach vorne schauen. Mein Name ist Katrin Petzke. Ich bin seit 23 Jahren Finanzplanerin und seit 15 Jahren im Bankhaus. Als Privatbank ist es unser Anliegen, an jede Generation zu denken. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Finanzplanung. Dabei geht es darum, dass die Familie perfekt abgesichert ist, dass sich die Wünsche und Ziele im Leben realisieren lassen und natürlich um die Nachfolgeplanung. Wenn wir einmal zurückblicken, dann war das klassische Bild einer Familie. Der Ehemann hat gearbeitet und war damit auch Hauptverdiener und die Frau hat sich um die Kinder gekümmert. Damals war es wichtig, die Frau für den Notfall abzusichern. Die Absicherung war quasi gesetzlich gesteuert durch den Zugewinnausgleich. Dieser begünstigte die Frau über ihr eigenes Vermögen hinaus im Scheidungs- wie auch im Todesfall. Auch die Unterhaltsregelung war damals noch eine ganz andere. Zu Lasten des Mannes und zu Gunsten der Frau. Heute gibt es diese klassische Aufteilung meist nicht mehr. Meistens sind Männer und Frauen gleichberechtigte Versorger. Viele Paare leben aber auch bewusst unverheiratet. Immer häufiger gibt es Patchwork-Familien. Hier ist bei der Absicherung der Kinder und des Partners einiges zu beachten. Den Zugewinn gibt es immer noch, der die manchmal ungleichen Vermögensverhältnisse ausgleicht. Im Scheidungsfall gibt es zudem wie vorher auch einen Ausgleich der Renten, aber eben in der Regel keinen Unterhaltsanspruch der Frau, auch wenn sie für die Kinder im Job aussetzt oder langfristig reduziert hat. Diese genannten Vorteile für den finanziell schwächeren Part kommen aber nur Ehepartnern zugute. Und genau hier mangelt es. Und verheiratet sieht es anders aus. Jeder hat sein Vermögen und geht auch im Trennungsfall mit diesem auseinander. Hat ein Partner bewusst weniger gearbeitet, um die Kinder zu erziehen oder dem Partner den Rücken freizuhalten, so bekommt er weder einen Teil des Vermögens noch Rentenansprüche. Gerade in solchen Fällen sollte rechtzeitig zu diesem Thema gesprochen und auch gehandelt werden. Fühlen Sie sich angesprochen, dann regen wir an, sich rechtzeitig über Ihre persönlichen Konsequenzen bewusst zu werden. Genau hierfür bietet die Finanzplanung die perfekte Basis. Sie sind Unternehmer und haben neben der Familie noch die Verantwortung rund um das Unternehmen zu schultern. Auch da gibt es zahlreiche Themen über die fachlichen und steuerlichen Belange hinaus zu beleuchten. Und genau da unterstützen wir im Denkprozess. Haben Sie alles dafür getan, dass die Firma auch ohne Sie funktioniert? Bei spontanem Ausfall oder im Todesfall? Sind Ihre Mitarbeiter und Ihre Familie abgesichert? Wie möchten Sie aus dem Unternehmen aussteigen? Vielleicht darf Ihr Lebenswerk in der Familie verbleiben. Und genau da stellt sich die Frage, kann das einfach so passieren oder muss Ihre Altersvorsorge eventuell aufgefüllt werden? Das sind nur einige Fragen. Sie sehen vermutlich, da ist Handlungsbedarf oder Gesprächsbedarf. Dafür sind wir da. Auch hinsichtlich der Vermögensnachfolge wird gern kurz gedacht. Ich hatte gerade ein nicht mehr ganz junges Paar, die sich gegenseitig versorgt haben, das ganze testamentarisch geregelt, aber an den zweiten Erbgang war nicht gedacht. Das nenne ich gern Glücksspiel. Denn genau da ist der zweite Erbgang das Wesentliche. Das Vermögen beider Partner, alles, geht an den Letztversterbenden von ihnen. Und in der Regel ist es so nicht gewollt. Auch bei Patchwork-Familien ist einiges zu beachten. Die Denkweise, aber auch der Bezug zu den Stiefkindern ist häufig sehr unterschiedlich. Der eine sieht sie als seine Kinder und der andere hat gar keinen Bezug. Die Wünsche und Ziele sind hier unterschiedlich und ganz individuell. Daher ist es wichtig, wie in jeder Finanzplanung, Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele zu erkennen und manchmal auch erst herauszukitzeln. Und dann zu schauen, was Ihre optimalste Lösung ist. Genau da setzen wir an, denn nichts tun ist in der Regel nicht die beste Lösung. Finanzplanung ist Lebensplanung und bereitet Sie auf alle Eventualitäten vor. Denken Sie an sich selbst, um abgesichert zu sein, aber auch an den Familienfrieden und übernehmen Sie das Ruder. Gern begleiten wir auch Sie. Sprechen Sie mich gern an, schreiben mir eine persönliche E-Mail. Sie finden mich ansonsten über die Homepage oder auf den Social Media Kanälen.